so wunderschönen guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jb trading deinem youtube-kanal von trader für trader wir schauen uns heute gemeinsam bitcoin und ethereum an wochenausblick was steht an welche wichtigen daten müssen wir uns konzentrieren diese woche und da legen wir auch gleich los aber ihr wisst davor gibt doch gerne dem video schon mal ein like und dann können wir auch loslegen also wir fangen an investing.com was steht diese woche an ihr seht es hier am dienstag also morgen 16 uhr paul spricht dürfte interessant werden was er dazu berichten hat genauso wie am mittwoch noch mal der paul könnten also es könnte wirklich eine sehr sehr turbulente woche werden und dann gehen wir weiter am donnerstag hier ihr seht schon erstmal verbraucherpreisindex für deutschland steht an das ist für uns crypto bereich erstmal nicht so wichtig aber dann hier 14 uhr 30 verbraucherpreisindex die kernrate da wird mit keiner veränderung gerechnet also es kann in beide richtungen positiv oder negativ ausfallen oder es gibt noch die dritte möglichkeit dass es nichts passiert ja genauso wie am donnerstag 14 30 verbraucherpreisindex aufs jahr gesehen da wird dann mit einem leichten rückgang gerechnet also da könnte es auch überraschungen geben und dann auf dem monat gesehen verbraucherpreisindex da wird mit einer leichten erhöhen sogar gerechnet also könnte echt brisant werden und dann noch am freitag 14 30 erzeugerpreis index index auch sehr interessante daten oder sehr sehr wichtige daten und dann wird auch ja gesehen ist keine prognose gesehen bis jetzt vorgesehen und auf dem monat gesehen wird sogar auch hier mit einer leichten erhöhung gerechnet ja ähnlich wie beim verbraucherpreisindex bloß hier ist die erhöhung signifikanter von minus 0,2 vom letzten monat auf plus 0,1 also eine veränderung von plus 0,3 prozent das ist schon heftig sollten wir hier natürlich hier keine 0,1 sondern tiefer eine 0 ja ähm eine 0% veränderung oder minus sogar dann könnte es sehr gut aussehen für die märkte dann könnte es wieder nach oben gehen aber wie gesagt ab donnerstag jeden tag 14 30 also ab donnerstag jeden tag ja also donnerstag und freitag 14 30 sehr interessant und da gehen wir jetzt auch auf die charts drauf ein ja was haben wir gestern gesehen hier wir haben ja hier diesen versuch unternommen um uns in einem möglichen bullischen szenario zu positionieren ich sage bewusst wir haben den versuch unternommen ich wurde hier ausgestoppt wegen 0,0 irgendwas prozent ähm gehört halt dazu ist halt pech gehabt sollte der markt jetzt hier nach oben durchziehen ist es halt so dann bin ich halt nicht dabei ja mein stop loss lag bei 54.270 der markt geht runter auf 54.253 also jetzt wegen 17 dollar wurden wir hier ausgestoppt andere vielleicht andere börsen eventuell nicht ich weiß es nicht ähm ja also sehen wir uns mal diese abwärtsbewegung an das haben wir auch gestern in der telegram gruppe ähm war auch ein kommentar ob das hier nicht gut oder ob das hier bearish oder bullish ist diese abwärtsbewegung ja die war relativ impulsiv ja aber die war noch im normalen rahmen bis zu diesem zeitpunkt hier bis hierhin war alles okay durfte der markt so runter kommen ja so langsam runter und dann hätte er sich aber hier fangen müssen in diesem bereich ja wenn ich eine bullische reaktion erwarte dann soll er sich zumindest mal im ersten anlauf fangen beim 50er retracement also bei knapp unter den 56.000 us dollar das ist meine erwartungshaltung deswegen wie gesagt bis hierhin war alles tutti ist alles gut aus wie er runtergekommen ist es war halbwegs impulsiv aber wir hatten wenn man sich das hier genau anschaut wir hatten hier erste überlappung dann sind wir runtergekommen und auch alles was hier runtergekommen ist es war alles nicht eine starke impulsiv bewegung ja aber es war halt eine relative impulsiv bewegung müsste man halt den zusammenhang anschauen aber wie gesagt das hier das hier war nicht schön er hätte zumindest hier aus diesem order block was wir hier hinten hatten was ich euch erklärt habe unter diesem low hier hätte er reagieren sollen und ihr seht ihr wir sind hier komplett durch gerasselt machen wir es anders ziehen wir uns hier unser dreieck dieses high und dieses low also aus diesem order block dieses gelbe kerstin hätte er nach oben erstmal eine reaktion zeigen sollen damit sie sagen können okay er ist hier bullisch und oder er könnte sich oder die wahrscheinlichkeiten steigen dass es hier in diesem bereich etwas bullisches aufbaut wir werden hier eine erste impulsive bewegung nach oben ja wobei die auch nicht wirklich toll aussah aber es ist normal für den ersten move nach oben ist das hier normal aber er hätte sich hier in dieser abwärts bewegung hätte sich als fangen müssen er hat nicht gemacht wir sind komplett durch gerasselt durch diesen order block durch diese weiße box und sind hier auch komplett durch den trendwende bereich drunter und haben halt wie gesagt knapp und am 78 6er geschlossen deswegen müssen wir jetzt hier etwas aufpassen wir sind zwar so ich zumindest bin aus dem trade draußen ich habe sagt hochrisiko trade da muss man ganz ganz vorsichtig sein was wir hier machen weil übergeordnet ja ich habe es schon ein paar mal erklärt wenn wir uns diese abwärts bewegen anschauen auch hier war es ein ähnliches spiel bloß in größer ja diese abwärts bewegen was wir hier gesehen haben die war relativ in ordnung hat man sagen können okay der markt kann sicher fangen in diesem bereich aus diesem order block aber dann was wir hier auch gesehen haben übergeordnet weil dieser letzte move das hier dieser scharfe abverkauf der war nicht gut ja und somit muss ich davon ausgehen dass er hier übergeordnet zumindest in diesen order block hier reingeht diese blaue box die geht von knapp 53.000 bis 50.000 us dollar also deswegen muss ich davon ausgehen übergeordnet dass er tiefer gehen muss oder will ja müssen immer das im zusammenhang sehen den kontext im zusammenhang mit dem übergeordneten szenario und dem internen szenario aber es gab halt hier die möglichkeit dass wir intern etwas aufbauen die möglichkeit ist immer noch gegeben ja also wir haben hier kein low low wir haben stand jetzt haben wir ein high low in dem markt aber das könnte jetzt hier auch wieder eine etwas längere zeitgärtsphase werden was nicht schlecht wäre wir dürfen uns hier akkumulieren ja und hier dann weiter nach oben durchziehen dass er das was ich auch gestern im telegramm gesagt habe es kommt darauf an wie er sich jetzt hier auf in diesem bereich wenn er sich auffällt wie er hier reagiert ja zeitgärtsphase und dann muss aber ein impuls nach oben starten und zwar ein deutlicher impuls und der sollte deutlich über die 60.000 us dollar gehen deswegen wir wissen es nicht nur ihr macht es halt hierzu das gibt mir zu bedenken dieser move dass wir komplett durch gerasset sind durch den trendwende bereich wir haben zwar halt gemacht hier unten an diesem order block aber müssen wir gucken was uns der markt jetzt gibt mögliches szenario was wir uns auch beachten müssen ist dass er hier mit diesem low hier können wir uns anschauen wo das mögliche c-level liegt von diesem möglichen bullischen versuch das sehen wir uns unsere fib extensions level ein stimmt habe ich vorher schon eingezeichnet für euch und dann seht ihr es hier die c-level jetzt würden hier bei bei 62.500 bis 64.500 liegen das vorherige szenario mit dem bullischen szenario dass wir hier direkt am 50er irgendwo reagieren ja bei knapp 55.500 oder sowas hätte potenzial gehabt dass wir hier über diese highs drüber gehen das wäre wichtig gewesen wenn wir uns jetzt das hier anschauen diese c-level mit diesem neuen low seht ihr es die würden genau hier hochgehen in diesem bereich wo unser übergürtendes bearisches ähm kästchen liegt und zwar hier dieser bereich 62.700 bis hoch zu 68.000 us dollar also wir würden mit diesem move höchstwahrscheinlich nicht mal diese heiß hier hinten rausnehmen ja ihr seht ihr hier wird das ziel möglich dann dass wir hier hochgehen und dann direkt hier am 50er retraced werden von gelb und dann weiter stärker abverkaufen richtung 50.000 us dollar ja also deswegen auch das hier spricht eher für die bären dass wir hier sein tiefes low geformt haben und uns diese mögliche sequenz hier nur hier oben hinbringen könnte selbst im bullisch also müssen schon sehr bullisch sein wir müssen über die 64.500 drüber gehen das heißt diese sequenz überextendieren ja hier drüber schießen ähm das sehe ich halt momentan eher als schwierig aber wie gesagt wir halten diesen bereich wir könnten auch hier einen doppelten bodenform ja so etwas und dann von hier aus nach oben durchziehen es ist möglich ja nur die wahrscheinlichkeiten sinken halt durch diesen scharfen abverkauf am schluss genauso wie es hier hinten gesehen haben ähm schauen wir mal wie gesagt dieser bereich muss für heute halten wir sind aus dem trade draußen also ich zumindest wenn andere einen tieferen stop loss gewählt haben sind sie noch drin ich nicht ähm wie gesagt 55.900 bis 54.400 us dollar muss für heute reichen muss für heute halten wenn nicht dann gehen wir zumindest richtung 53.000 us dollar was immer noch meine primär erwartung ist dass wir in diese untere box rein gehen sollten in diese blaue hier ähm gehe ich davon aus weil hier einfach der autoblock liegt bevor es den letzten großen impuls nach oben gab denke ich eher wir sollten da noch runter gehen aber wir wissen es nicht wir schauen uns einfach das szenario an wenn blau hält gut wenn nicht dann gehen wir tiefer und ich darf nochmal einkaufen fürs sportportfolio also ich habe auch gestern AVAX nachgekauft Ethereum nochmal nachgekauft ähm da gehen wir auch gleich auf Ethereum drauf ein auch hier bei Ethereum seht ihr es wir haben hier diese Aufwärtsbewegung gehabt die war auch nicht schön die war muss ich ehrlich sagen die war nicht schön impulsiv aber es war halt eine erste Aufwärtsbewegung wir wurden auch bei Ethereum hier aus diesem autoblock rejected wir haben auch hier kein higher high generiert deswegen auch hier ich habe diesen Trade nicht genommen bewusst nicht genommen weil Ethereum sah noch schwächer aus als Bitcoin ja Bitcoin war schon high risk aber Ethereum war mir noch risky war noch mehr risky und da sehen wir auch hier wir haben hier eigentlich ja wir sind auch hier komplett durch den Trendmanage Bereich durchgerasselt bei Ethereum dieser Bereich geht von 2945 bis 2866 US Dollar auch hier sind wir komplett drunter gerasselt aber auch hier halten wir Stand jetzt noch den doppelten Boden es kann von hier aus nach oben durchgehen aber es sieht halt nicht schön aus vor allem weil diese Abwärtsbewegung die war impulsiver als diese Abwärtsbewegung ihr seht jetzt hier Abwärtsbewegung ging länger als die Abwärtsbewegung deswegen dürfen wir eigentlich bei Ethereum die Abwärtsbewegung als korrektiv bezeichnen und die Abwärtsbewegung als impulsiv ähm deswegen sieht Ethereum nicht so schön aus aber auch bei Ethereum habe ich euch ja das Szenario gesagt ich gehe übergeordnet auch hier bei Ethereum eher davon aus dass wir diese Sequenz zu Ende bringen diese rote und zumindest mal in dem Bereich von 2600 bis runter zu 2400 oder knapp unter die 2400 drunter gehen zumindest mal aber auch nicht im Hinterkopf oder nicht aus dem Hinterkopf verlieren mögliches Szenario dass wir hier unter die 2000 US-Dollar noch gehen können was immer noch übergeordnet Bullish wäre ja wir würden übergeordnet immer noch das Bullische halten das geht bis 1500 US-Dollar wenn wir da drunter fallen dann sieht es schlecht aus aber bis dahin ist alles gut und auch hier bei Ethereum werde ich in diesem kompletten Trendwendebereich Spotportfolio oder Spotkäufe tätigen ja nächster Kauf wird bei 2700 sein und dann 2500 und so weiter und so fort sollten wir überhaupt so tief fallen aber wie gesagt es sieht halt nicht schön aus bei Ethereum weniger noch weniger als bei Bitcoin aber das ist gut so umso mehr Panik am Markt umso besser für uns ich werde nachkaufen und für Trade-Möglichkeiten werde ich auch Ausschau halten wir haben es hier probiert schauen wir mal ob es hält aber es sieht halt nicht schön aus deswegen mögliche Ziel-Level zu tief unten und ja wir warten aber ab jetzt gibt es nichts zu machen im Trading besser es ist manchmal besser die Füße still zu halten ähm und gucken dann was uns der Markt gibt ob wir nochmal eine Chance bekommen oder ob wir wirklich tatsächlich hier runter gehen auf die 53.000 oder was ich nach wie vor präferieren also das war es dann mit dem Update-Video ich bedanke mich für alle bei allem fürs Zuschauen danke dass du bis zum Ende durchgehalten hast und wenn dir dieser Content gefällt und du mich unterstützen willst lass doch gerne das kostenlose Abo da ein Kommentar und ein Like kannst dich auch über meinen Ref-Link natürlich bei BingX anmelden dort drüber traden da hätten wir alle die gleichen Ziel-Level und auch die gleichen Einstiege ähm nur mal nebenbei und ich würde sagen das war es dann euch einen wunderschönen Wochenstart einen schönen Montag ähm gucken wir mal wie das Wetter wird ob ich heute wieder mit einem kleinen raus kann oder nicht ähm und auf jeden Fall es kommt noch das Altcoin-Video ich versuche es heute im Laufe des Tages zu machen wie gesagt wenn das Wetter mitspielt es ist auf jeden Fall gekommen heute oder morgen und ja euch einen schönen Start und bis zum nächsten Update-Video euer Joe macht es gut und ciao ciao Leute ein bisschen